Das wird eine Pyramide. Wenn ich weiß, was eine Pyramide ist. Eine Pyramide ist ein geometrischen Körper mit fünf Seitenflächen. Das Interessante an der Pyramide aus dem Weltall, also dort oben gesehen, ist eine Pyramide mit einem Kreuz. Deswegen haben wahrscheinlich die Ägypter auch Pyramiden gebaut, damit die Außerirdischen genau anwiesen konnten, mit ihren Energiekanonen, wo ist die Energie denn genau hinschießen müssen. Das ist mein Film. Deswegen bauen wir jetzt hier eine Pyramide, damit die Außerirdischen genau wissen, wo sie uns helfen können. Und eigentlich ist es ja nur so ein Gag, um die Bild-Zeitung dazu zu kriegen, mal was über die Weitschwesten früh zu berichten. Genau. Deswegen bauen wir jetzt hier lustig. Ich habe uns hier einfach so ein bisschen die Lichtzeug zusammengepeilt. Absolut total unökologisch. Aber muss man halt machen, um die Bild-Zeitung irgendwie mal auf der Seite zu kriegen. Um schöne Bilder zu zeigen. Ich werde mich dann nachher einfach so total mit Durst gut gehalten. Das kann ich besonders groß hier hinsetzen. Ich mache mich dann natürlich gerne zum Brot, die Öffentlichkeit. Und er bietet dann Hilfe aus der Sorge.